recht herzlich willkommen zur 3 da sind wir wieder drin unser letztes problem war der kreisverkehr den wir hier haben irgendwie ruckelt das alles gerade wo ist der kreisverkehr jetzt hinten das ist durch die Gegend gesprungen da ist es so wir hatten das problem dass wir den kreisverkehr eigentlich zu weit südlich haben die einzige straße die einigermaßen wohl angeschlossen ist ist diese hier und da läuft der verkehr momentan gut hier haben wir irgendein problem mit einer sackkasse da ist was falsch zusammengebaut das müssen wir dann noch ändern da muss irgendwie was weg und das teil muss dann dahin so jetzt passt es wohl kurz einmal reingesummt okay die können von hier aus und von da aus darauf haben sollte kein problem sein diese seite geht jetzt einigermaßen erstmal kreisverkehr ist dann direkt angeschlossen die leute kommen hier in die stadt rein und nicht mehr raus das heißt hier ist der fahrstreifen eigentlich auch blödsinn da kann man eine einbahnstraße raus machen dann müssen wir upgraden und zwar mit dem würde ich sagen oder andersrum macht es nur jetzt keinen sinn und das geht bis hier hin ja und das ist eigentlich auch hier blödsinn ich denke die straße sollte hier auf den straßen kreisverkehr drauf gehen nicht daneben her und das machen wir auch noch weg und dann machen wir das von dort nein den bagger haben wir jetzt angepasst die bahn und dann machen wir jetzt von da nach da wie kriegt denn da hin? gute frage ne? von diesem werkzeug war das glaube ich irgendwie passt es da gerade gar nicht hin das heißt wir können auch das stück noch mal abreißen und das war das bus unternehmen ne? bagger aus die spur an das geht so nicht dann machen wir mal die freie bahn das geht so nicht dann machen wir mal die freie bahn und dann dahin hätte ich gerne gehabt dafür müssen wir aber wohl da wegreißen machen wir erstmal dann den bagger wieder aus den bagger wieder aus so kommt ein bisschen komisch da rein muss aber jetzt so so das geht können wir so lassen dort gibt es eine sackgasse dort gibt es eine sackgasse ja aber jetzt ein bisschen groß die straße aber ne? da ist eine kreuzung hingekommen die gar nicht hätte sein müssen naja ist halt so diese straße müsste jetzt hierher kommen dann brauchen wir so einer die hat einen mittelstreifen dann ist es wahrscheinlich doch nicht die sondern die gewesen da muss noch ein stück weg und dann machen wir die zusammen da muss der bagger für aus halt stopp so ich glaube jetzt geht das oder? so da ist irgendwo achso er hat keinen anschluss mehr dann müssen wir den irgendwie verschieben würde ich jetzt noch hier unten verschieben wollen ok ok manche freuen sich manche nicht die feuerwache war das gut machen wir aus die feuerwache jetzt jetzt müssen wir hier einen park haben wir hier noch das mit den straßen hier ja ich glaube wir machen das so wie geht denn das hier ah ich glaube wir das machen ne welches war das denn wo wir so super sehen da hinten ist eine straße die geht da rein die geht da drauf das passt die straße ist da hinten nicht angeschlossen das würde bedeuten wir müssen die diese siedlung über eine weitere straße erschließen und da würde ich fast sagen wir machen das hier und zwar ist das ja eine einfache straße mit diesen schicken bäumen die wir hier einfach jetzt mal rüber holen und zwar werde ich das mal so sagen die müsste so sein oder ein bisschen zu hoch da geht sie aber nicht rüber dann muss sie da rüber ne kriege ich die jetzt hoch ja und dann müssten sie eigentlich hier so rüber kommen das will aber nicht funktionieren gut machen wir mal da mit dem werkzeug geht es da da sah es schon mal nicht schlecht aus und so und dann geht sie runter auf diese kreuzung drauf fertig so wenn ich das jetzt angucken dann müsste das eigentlich gut klappen da fährt auch schon das erste auto rüber dreht aber da oben nochmal um das viertel müsste jetzt eigentlich von der seite auch befahrbar sein da ist ein bus haltesteller hmm tendenziell würde ich jetzt sagen machen wir da einbahnstraßen raus oder da sollte man das tun gut fahren ist jetzt nicht richtig oder was ach super das geht gar nicht auf der seite und dann die straße geht aber durch die sind nicht hmm müssen wir nochmal kürzen und dann nochmal bauen so und so jetzt haben wir es hingekriegt oder hier hier staut sich es schon obwohl wir einen kreisverkehr hier haben das ist nicht gut hier geht es ein da geht es raus oder da können wir noch ein paar grüne zonen hin machen passt ja mal die einfach mal an das so jetzt richtig ist oder nicht keine ahnung sieht schick aus oder so da kann auch noch was hin so da kann auch noch was hin ja diese geht raus aus der stadt hm da müssen wir das hier auch noch umgestalten ja jetzt ich denke mal ja Fahren dann auch alle da weiter durch. Ah, vielleicht ist es da nicht verkehrt. Hier ist mir zu wenig los. Da muss noch was besser werden. Hier drüben haben wir jetzt den Stau durch den Kreisverkehr. Da geht nichts voran. Dieser Kreisverkehr ist also verkehrt. Ja, die wollen hier und wollen gleich da lang. Dann bedeutet das schon fast, diesen Kreisverkehr tatsächlich wieder kaputt machen. Und die Straße so direkt beverbinden, oder? Und zwar diese. Und zwar dieser, weil der fließt nur in eine Richtung. Tja, da müssen wir wieder was verabreisen. Und ich mach mal, dass das alles wegkommt. Fällig. Und wir reißen dann dieses Stück gleich mal weg. So. Dann nehmen wir das Stück noch mal auf und machen das da hin. So, und dann reißen wir dieses Stück hier wieder weg. Dieses raus verschieben wir gleich. Und den Bugger machen wir erstmal aus. Das Haus verschieben wir. So hin. Alles gut. So, Verkehrsfluss. Das ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, ne? Hier haben wir nämlich auch noch so einen Knotenpunkt. Also hier ist es ja ganz schlecht noch. Keine Ahnung, wie wir das noch hinkriegen, dass das da besser wird. Eigentlich diese Straße einfach durchziehen, ne? Sieht ein bisschen chaotisch momentan aus. Wir werden wohl noch dran arbeiten müssen. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das schon noch hin. Wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Da ist die Straße? Das. Das. Und das muss dann hier hin. Ja, irgendwie hier muss das hin. Dass diese Achse, machen wir das nochmal weg hier. Dass diese Achse läuft. Und hier die Verbindung noch da ist. Vielleicht geht's dann. Ja, das sieht alles ein bisschen verkorkst momentan aus. Dann müssen wir nochmal dran. Okay, aber ich würde sagen, für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. . . Untertitelung des ZDF, 2020